Sind Sie neu oder ganz plötzlich in einer Chefposition? Holen Sie sich das nötige Grundwissen für Ihren Rucksack. Unser Lehrgang hilft Ihnen dabei, damit Sie die kommenden Herausforderungen entspannt angehen können. Die beiden Trainer, Amrei und Tobias, beides erfahrene Organisations- und Personalentwickler, führen Sie durch unseren Lernprozess. Die Swissleaders-Seminare sind alle prozessorientiert aufgebaut. Das heisst, wir erarbeiten uns die Inhalte anhand der Fragestellungen der Teilnehmenden direkt aus der Praxis. So erlernen Sie neue Techniken und lernen Instrumente kennen, die Ihren Führungsalltag dann vereinfachen und professionalisieren. Kreative Methoden werden Ihnen spannende Ergebnisse aufzeigen über sich selber und die helfen Ihnen, Ihren ganz persönlichen, authentischen Führungsstil zu finden. Führung ist persönlich, unsere Trainings auch. Wenn Sie mehr über diesen Lehrgang wissen wollen, dann klicken Sie bitte auf den eingeblendeten Link. Werden Sie Mitglied bei der Swissleaders-Community, dann profitieren Sie von einem Vorzugspreis für diesen Lehrgang, genauso wie von vielen weiteren Vorteilen. Vielen Dank. Vielen Dank.